Wird der rupen? Ja, ja. Irgendwann, wenn ihm die Zigarre aus dem Halse kommt, wird er rupen. Dann wird er auch leichter. Jo, der wird gut. Ich hole den bloß raus, Junge. Lass ruhig die Bremse ein bisschen. Soll sich abkennen. Ja, das ist ein Zappler. Das waren jetzt bei 138 Meter. Ja, 138 Meter. Dann zeigen sie auch Fische. Kinder, die wurden. Abgegangen wie ein Zettkopf. Der hat das verschnullt ziehen lassen. Ja, ja, ganz ruhig. Zettkopf. 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 Vielen Dank.